yo leute und herzlich willkommen zu breath of the wild part nummero zwei mika falls du das hier hörst sorry aber irgendwie war die verbindung so kacke deswegen habe ich den stream einfach abgebrochen dachte danach einfach folgen aufnehmen also parts aber dein ton wurde auch nicht besser also sorry aber und ich habe ich gar nicht mehr gedacht ja ich werde den stream dann auch umbenennen in part 1 von breath of the wild 2 oder warte mal ach da oben war doch noch kiste genau wusste ich okay ach ja erstes schreien es ist immer ein highlight wenn man das hier sieht wie geil es aussieht ich liebe breath of the wild und ich überspringe diese diese szene immer weil die einfach so langweilig ist es dauert einfach nur zeit ja man sieht nichts man hört nichts man keine ahnung einfach langweilig okay 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 Hellsehen, ah ja. Oh, 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 oh. Okay, versteh schon, ja. Naja, du machst Witze. Keine Angst. Ich mach keine Witze. Okay, ähm, für die nächsten Schrein, Moment, so, jetzt hab ich alles abgehackt, ähm, erstmal die Dinger hier kaputt machen. Bärenstein ist scheiße. Und auch wenn diese Stange so ziemlich unnötig ist, ich habe keine Ahnung, wofür man die überhaupt braucht. Ich bin mir ziemlich sicher, man braucht die für irgendwas, aber ich habe keine Ahnung, für was. Wahrscheinlich ein Krog, aber keine Ahnung, weiß ich nicht. Ach, weiß ich auch nicht. Und dieser Metallstein, äh, keine Ahnung, Metallklotz, nein. Keine Ahnung, wofür der da ist. Ach, ja. Ah, ich habe den zweiten Krog gefunden. Cool. Also, ich glaube, den habe ich sowieso noch nie gefunden. Äh, lol. Ja, ich gucke mich mal ein bisschen um, bevor ich den nächsten Schrein mache. Obwohl, eigentlich, wenn man die Schreine zuerst macht, also wirklich als erstes, ist es, glaube ich, sogar am besten. Denn, ähm, dann kann man, nämlich mit dem Paraseel-Ingel, ist man viel schneller unterwegs. Also, ich glaube, den holen wir uns erst. Natürlich, wenn Krogs auf dem Weg sind, dann holen wir uns die, aber, ähm, ja. Mal gucken. Oh, hi. Ho, 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 ho. Ist das... Ich weiß, wer das ist. Der Weihnachtsmann. Nein. Äh, nee, den gibt's nicht. Und falls jemand noch an den Weihnachtsmann glaubt, es gibt ihn nicht. Äh, Moment, ich muss einen was noch mal kurz einstellen. Äh, äh. Nein, das wollte ich nicht. Ah, nö. Ah. Ah, jetzt hab ich's. Das wollte ich machen. Denn wenn die Karte, äh, nur in eine Richtung zeigt, finde ich persönlich sogar, äh, kann man sich besser... Hä? Ich hatte das doch gerade schon aktiviert, aber, okay. Ach, naja. Du wirst noch viel erleben, du musst diesen Test bestehen. Es kommt der Tag, in dem du dein Ziel erreichst. Ich versuch's am besten, ich versuch's am besten, dich. Und wenn der Wetter, geh da an den Weg, stelle dich der Gefahr. Äh, Moment, äh, hatte ich eigentlich schon... Ja, äh... Bin ich dumm? Ich hab, äh, doch die Hose schon. Warum zieh ich die nicht an? Na ja. Dann ist es eben so. Und wieder was trinken. Ach ja. Ich hab die DLCs nicht. Also wir spielen ja ohne DLC. Besuch ich... Ja, und ich hatte gestern keine Zeit, deswegen konnten wir gestern auch ein streamen. Ja, ich hatte gestern auch ein streamen. Ja, und ich hatte gestern keine Zeit, deswegen konnten wir gestern auch ein streamen. So, ähm, genau. Äh, ne, falsche Richtung. Wohl, eigentlich nicht. 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 Was? Fuck! Okay, da war ich zu nah dran. Das war eine dumme Idee. Eine dumme Idee. Ich weiß nicht mal, wie ich auf diese dumme Idee kam. Ich weiß nicht mal, habe ich irgendwas getroffen? Weiß ich nicht. Nö. Es geht tatsächlich, lol. Also ich habe es beim Speedrun mal gesehen, dass sowas geht, aber dass es jetzt echt geht, lol. Na ja. Und mit einem Herz erst mal in die Prüfung. Dann. Immer noch was trinken. Das Spiel sieht einfach so mega geil aus. Mega geil. Oh. Hi. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, jetzt zufrieden. 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 die vier Schreine, kriege einen Teil der Ausdauer und dann ja okay ich renne einfach durch soo Filierpilze ja jetzt kommen die wichtigen Dinge die Chilis die braucht man nämlich jetzt Filierpilze oh ja Filierpilze noch mehr so und zwar Moment den muss ich nochmal zerstören bam hmm mal gut ähm nee erstmal brauche ich eine Fackel man kann es auch mit einer anderen Holzwaffe machen zack 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 Chili und jetzt kochen bam Kälteschutz für drei Minuten ich mach mir mindestens zwei immer sieben Minuten ja sieben Minuten dürften reichen denn äh da vorne kriegt man noch mehr Chilis aber die muss man jetzt nicht mitnehmen Moment hier kriegt man Chilis aber nicht nur hier sondern auch auf der anderen Seite hier ja und genau deswegen brauchen wir den Kälteschutz weil es hier kalt ist Essen so zwar war der Schrein ähm auf der anderen Seite aber ich guck hier trotzdem nochmal man kriegt ja hier ein bisschen Holz oh noch mehr Holz geil okay aber jetzt mal den normalen Weg gehen da lang nämlich ähm wenn man hier lang geht und nicht ähm Moment nicht da lang irgendwie rüber ähm man könnte ja von da aus ja hier rüber gehen und dort wäre der Schrein kann ich mal markieren ähm könnte ich machen aber auf dem Weg wenn man hier lang geht das ist nämlich eigentlich auch der normale Weg ähm kann man ein spezielles T-Shirt bekommen und das ist in so einer Gegend recht gut und dafür braucht man nämlich nicht so viel Zeit deswegen ähm man muss eigentlich nur durchrennen und sobald man das T-Shirt hat oder Sweatshirt oder wie man es auch immer nennen will oder einfach nur Shirt sobald man es hat kann man auch in der Kälte kämpfen weil so bringt es eigentlich ziemlich wenig man könnte rein theoretisch eigentlich auch so kämpfen dass man äh Moment lass mich kurz überlegen ähm dass man die ganze Zeit einfach gegen den Schaden ist aber das ist nicht so effizient weil da äh verbraucht man zu viele Ressourcen stattdessen würde ich eher sowas machen hier wie ich es hier habe ein Chili und oh nö verpiss dich tja hier kommst du nicht lang so jetzt ist er weg jetzt können wir hier weiter lang gehen ja im Schnee ist man langsamer ist leider so mit einem speziellen ähm mit einer speziellen Kombination aus äh an die Sachen kann man schneller laufen aber so wirklich schnell aber mit einer was okay drei Minuten würden sogar reichen knapp okay fürs nächste Mal weiß es so und jetzt mit ihm sprechen schönen Ausblick ja ja man kann von hier wirklich das ganze Plateau über sehen und wie schon gesagt da ist der Schrein und da unten sind Crocs also da unten also da ist ein Croc bis wir ja ähm sobald man den Parasägel hat kriegt man ja sobald man die vier Schreine auf dem Plateau gemacht hat ist man um einige schneller unterwegs weil jetzt könnte ich zum Beispiel hier runter springen aber das würde wahrscheinlich zu viel Schaden machen deswegen mache ich es lieber nicht wenn ich es jetzt an habe zack und man sieht ja da unten die Zeile schon ist mir nicht mehr kalt yay und hier kommt ein Stein hin ja habe ich den Crocs überhaupt schon mal äh Crocs schon mal gefunden ach keine Ahnung wenn ich Crocs sehe dann nehme ich sie mit aber speziell nach ihm suchen werde ich nicht also das ähm ne aber wenn ich Crocs sehe also ich weiß zum Beispiel einen noch auf dem Plateau ne zwei äh ne zwei das war ja da unten der und gleich noch einer also mindestens zwei noch ich ich glaube es gibt zehn auf dem Plateau ich bin mir jetzt nicht sicher aber wenn man kurz ach stimmt es gab auch einen Croc auf der Mauer aber auf welcher das war weiß ich nicht oh Gott wow das waren gerade Skills und das Ding doch bam Hier ist es warm. Oh Gott, bin ich dumm. Oh, zum Glück seht ihr nicht explodiert. Oh, ich will so ab... Ja, sonst wäre ich echt am Arsch gewesen. Alter. Ja, man sollte nicht gegen die Kisten, die mit Rot markiert sind, irgendwas machen, also Schaden anrichten, da würde man sich nur selbst töten. Tja, so ist das. Okay. Okay. Äh... Ja. 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 Gut, jetzt haben wir ein cooles Modul. Ja komm, das war auch einfach. Was, der kann einen da erwischen? Willst du mich verarschen? Der ist in der Luft. Junge, mach doch mal. Danke. Danke. Ja. Es gab hier auch irgendwie einen Speedrun-Trick, dass man, während man hochgeschleudert wird, ja nach oben kommen kann. Ähm... Äh... Ich hab's nur nicht hinbekommen. So. Okay. Ähm... Und das war's dann auch mit dem zweiten Part von The Leisure of Zelda Breath aus The Wild. Wir haben damit 3 Schreine, 3 Prüfungssiegel und 3 Crocs, 3 Herzen und Ausdauer ist noch ganz normal. Okay. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und ciao.